Hallo, ich bin Köln-Meyer, Künstlerin aus Hamburg und bin heute bei der Paschen Art Gallery zu Besuch und darf euch die nächste Ausstellung ankündigen, Expressive Menage ist der Name, vom 6. bis zum 26. Mai und da geht es ja um Naturporträts und vieles mehr. Hier stehen wir vor einem Kunstwerk von Gerda Heidmann. Sie greift hier das Thema der 20er auf mit angebrachten ornamentalen Elementen und man sieht hier das Porträt einer Frau, die genauso in den 20er Jahren oder des 20. Jahrhunderts da sitzen könnte wie heute. Weil ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ist das hier ein moderner Schmuck vielleicht in einem Tunnel oder etwas ganz Klassisches? Es ist völlig zeitlos und deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr spannend.